Ich bin seit zehn Jahren der Fundraiser der Evangelischen Kirche in Mannheim. Ich habe den Arbeitsbereich aufgebaut und jetzt war ich an der Stelle oder wir als Organisation, dass wir gesagt haben, wir sind bereit für den nächsten Schritt. Und das hieß tatsächlich ein systematischer Aufbau des Großspenden-Fundraisings. Die Fortbildung am Major Giving Institute war der ideale Einstieg und die ideale Vorbereitung für uns, das aufzubauen, konzeptionell, aber auch nochmal methodisch zugerüstet und aufgerüstet zu werden an der Stelle. Und ich kann es daher nur empfehlen, hier den Einstieg in das Großspenden-Fundraising zu beginnen.